Wir hatten heute Gelegenheit, uns vor allem mit einem Thema näher zu befassen, nämlich der Frage, ob der damalige Kanzleramtsminister de Maizière vom BND ganz konkret darauf hingewiesen wurde, dass hier Verfahren nicht mehr ordnungsgemäß angewandt werden, und zwar in Zusammenhang mit der Überwachung, der satellitengestützten Überwachung in Bad Aibling. Wir konnten dazu mehrere Vermerke einsehen, wo ich jetzt keine Details aus dem Vermerken mitteilen kann, da bitte ich um Verständnis, aber eines kann man sagen, keiner dieser Vermerke enthält eine Aufforderung an den Minister, dass man hier in der Praxis in Bad Aibling, was die satellitengestützte Überwachung angeht, etwas ändern müsste. Ganz im Gegenteil, es steht sogar drin, dass das Verfahren komplett im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen auch erfolgt und dass das sogenannte Memorandum, das die Grundlage der Zusammenarbeit ist, nicht geändert werden muss. In allen Vermerken, die wir vorliegen hatten, ist auch in keinem einzigen Vermerk irgendeine Firma genannt, sodass auch da für den Minister keinerlei Handlungsbedarf erkennbar war. Und deshalb, glaube ich, kann man heute sagen, dass die Vorwürfe, wie sie in der Vergangenheit sehr massiv erhoben wurden, hier in den Akten keinerlei Stütze finden. Lassen Sie mich noch, weil es uns auch wichtig war, wir werden zwar nachher die Sitzung ja noch fortsetzen, zwei Sätze zum Verfahren sagen, Stichwort Selektoren. Der Präsident Schindler hat uns geschildert, dass die Suchbegriffe nach einem mehrstufigen Verfahren geprüft werden, um eben zu erkennen, wo sind Suchbegriffe dabei, die nicht von unserer Rechtslage gedeckt sind. Dadurch ist es gelungen, solche Suchbegriffe auch zu entdecken, wobei er gleichzeitig auf die Schwierigkeit hingewiesen hat, dass man per se einem Suchbegriff jetzt nicht von vornherein ansieht, ob er möglicherweise Interessen widerspricht. Aber sichergestellt sei, so Präsident Schindler, dass Kommunikation aus Deutschland, also mit der Endung DE oder mit der entsprechenden Vorwahl immer schon von vornherein ausgeschlossen wird und für den Fall, dass eine Kommunikation, das heißt im Krisengebiet erfolgt nach Deutschland, auch diese Kommunikation ausgeschlossen wird und sofort gelöscht wird, sodass man hier sagen kann, ist der Schutz der deutschen Bürger eingehalten worden. Und bei der Überwachung geht es, das wurde nochmal betont, um die Kommunikation in oder aus Krisengebieten, aus Kriegsgebieten. Das ist der Bereich, über den wir hier reden. Bei den Selektoren sind die Zahlen ja immer sehr groß, die Sie hören. Wir haben heute auch nochmal Zahlen vorgetragen bekommen. Ich will nur eine Einschätzung geben zur Relation. Nach dem, was der BUND uns erzählt hat im Verhältnis der zulässigen Selektoren im Vergleich zu den erkannten, nicht zulässigen, bewegt sich die Zahl der erkannten, nicht zulässigen Selektoren im Bereich von weniger als einem Prozent. Vielen Dank.